Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaut habt bei Kampfkurs Lifestyle. Heute wieder ein neues Video am Start und ja, ihr seht schon, ich mache es mir heute bequem und möchte mit euch mal ganz kurz ein paar Sachen besprechen, die euch auf dem Herzen liegen, denn das sehe ich anhand daran, was ihr mir immer wieder schreibt und jetzt gerade so zum Herbst, Winter hin. Ein sehr wichtiges Thema, aber alles das nach dem Intro. Und zwar geht es darum, dass ja ganz viele jetzt gerade so zu der Herbstzeit, Winterzeit auch bequem werden, es sich gemütlich machen und irgendwie ist es immer schwerer, fällt jetzt die Motivation zu finden, trotzdem seine Ziele anzupacken, gar nicht nur im Sport, sondern natürlich auch im Leben, ja, was man sich für Ziele steckt, sei es darum irgendwie, was weiß ich, vielleicht sich irgendwo hochzuarbeiten, weil man dann vielleicht doch Abteilungschef oder was auch immer sein will oder aber auch sich wünscht, ey, jetzt gerade im Winter kann ich im Fitnessschuh richtig Gas geben, weniger Strahlen, weniger mit Freunden und jetzt kann ich eigentlich richtig Gas geben, aber irgendwie drückt mich doch das Wetter runter und 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 und. Ganz wichtig ist es jetzt für euch, ja, wenn es draußen kalt wird, schafft euch die Wärme im Herzen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn jetzt gerade ist es noch umso wichtiger, richtig Power zu geben, richtig Gas zu geben. Das könnt ihr am besten sowieso jetzt, denn jetzt habt ihr draußen auch keine Entschuldigung und keine Ausreden, warum es denn heute nicht geht. Ich kann heute nicht zum See, denn es ist kalt, ja. Heute Abend schön chillig irgendwo auf einer Wiese mit Kumpels sitzen, auch nicht, denn es ist zu kalt. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit zu sagen, ey, ich entferne mich vom Fernseher, ich entferne mich von dem, was mir eigentlich zu bequem ist. Natürlich ist es so, dass man jetzt meistens auch losgeht morgens, wenn es dunkel ist und nach Hause kommt, wenn es wieder dunkel ist, ja. Und wir Menschen sind Menschen, die das Licht brauchen. Wir brauchen Sonne, wir brauchen blauen Himmel, um motiviert zu sein und und und, ja. Ganz wichtig daher jetzt für euch, schafft euch diesen blauen Himmel und schafft euch diese Motivation in euch drinnen selber. Das ist ganz wichtig, denn jetzt braucht ihr diese Zeit und jetzt könnt ihr auch alles schaffen und erreichen, was ihr wollt, genauso wie im Sommer. Ja, es gibt da keinen richtigen Zeitpunkt. Es gab mal ein Motivationsvideo von mir, da habe ich gesagt, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, sich zu ändern, denn der Zeitpunkt ist jetzt. Und genau so ist das auch. Jeder Augenblick, jeder, nicht morgen, nein, jetzt, nicht übermorgen, nein, jetzt. Schiebt nicht immer eure Ziele weg, ja. Und immer auf Vertagen, Vertagen, Vertagen und irgendwann wird ein Jahr draus. Und man ärgert sich, dass man da überhaupt nicht mehr reinkommt, ja. Euer Ziel, euer Bild im Kopf, das, was ihr selber sein wollt, ja, das ist immer präsent. Ihr seid diejenigen, die dort eine Blockade vorwerfen. Und das müsst ihr lassen. Da müsst ihr von weg, ja. Blockaden sind da, um eingerissen zu werden. Hol einen Vorschlaghammer und reiß die Mauer nieder und geh über die Grenze rüber, die dir jetzt gerade noch im Weg steht. Ihr habt auch gesehen, bei mir hat sich eine Menge getan, denn wir sind 150, über 150.000 Abonnenten geworden, ja. Wir haben den Kampfkunst-Lifestyle wirklich auf YouTube verbreitet. Mit eurer Hilfe wird sich er noch mehr verbreiten. Wir haben jetzt Merch am Start. Das heißt, jetzt gibt es die Pullover. Jetzt kann man den Kampfkunst-Lifestyle überall kaufen. Was heißt überall? Im Shop kaufen bei GetShirts und kann sagen, ey, jetzt hat er auch Merch draußen, ja. Und wenn ich euch sage, vor zwei Jahren hätte ich das jemandem erzählt, dass wir da sind, wo wir heute sind, wäre ich nur Gelächter wert gewesen, ja. Da wäre nur Sport gewesen. Da haben die Leute gesagt, auf YouTube mit Kampfkunst, da wirst du nichts. Mach lieber Fitness oder Let's Plays. Wie oft wurde mir das gesagt? Mach lieber Fitness oder Let's Plays. Oder mach Pranks oder Comedy. Mit Kampfkunst-Lifestyle, das wird nichts. Und Leute, heute haben wir ganz viele Fitness-YouTuber eingeholt mit dem Kampfkunst-Lifestyle, ja. Und auch einige Let's Players und und. Natürlich gibt es immer noch größere, aber ey, der Weg ist das Ziel. Und da kommen wir auch noch hin. Aber wie gesagt, bleibt an eure Ziele dran. Ich bin es auch immer geblieben, war immer motivierter. Umso mehr Steine mir im Weg gestellt wurden, umso besser konnte ich mich abstoßen. Oder manchmal auch, wenn die Steine sehr hart waren, auch aufheben und danach schmeißen zu denen, die einen Dehn dahingestellt haben. Okay? Alles klar. So viel dazu. Ich wünsche euch das Allerbeste. Ihr seid die großartigste Community, die es gibt. Und ich freue mich natürlich auf weitere Videos. Wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns natürlich wieder, wenn es wieder heißt Kampfkunst. Puh! Puh! Lifestyle! Puh! 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 Puh!